Mein Name heißt, du hast mich geküsst. Ich glaube, das ist schon einmal eine sehr gute Voraussetzung, weil ein Kuss ist immer ein direkter Ausdruck von Mensch zu Mensch und unterstreicht eigentlich nur, dass man den Menschen, der einem gegenübersteht, dass man den mag, dass man sie vielleicht ein Küsschen gibt oder wie man bei uns in der Steiermark sagt, ein Kusschen gibt. Wenn sie versteht überhaupt meinen Dialekt, Gott sei Dank, weil ich spreche schon Hochdeutsch. Das wäre jetzt schwierig, ich gebe mir große Mühe, aber der Hansi Hinterseer spricht ja auch nicht Hochdeutsch. Der spricht ja auch mit seinem Dialekt, da kriegst du gleich das Heißweber zuhören, aber es macht gar nichts, jeden seinen Dialekt, man muss sich dafür, denke ich, nicht schenken. Es sind 14 Titel auf dieser neuen CD drauf. Sehr romantisch angelegte, was vielleicht mein Markenzeichen darstellt, aber auch wichtig, flotte, tanzbare. Und so einen Flotten hören wir jetzt. Und diese heißen, du hast mich geküsst. Du hast mich geküsst. Du hast mich geküsst, als wär's am letzten Mal, als wär's am letzten Mal, heute Nacht. Du hast mich geküsst, als wär's am letzten Mal, heute Nacht. Du hast mich geküsst. Du hast mich geküsst, als wär's am letzten Mal, heute Nacht. Du hast mich geküsst. Du hast mich geküsst, als wär's am letzten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.